Hallo, in diesem Video möchte ich euch mal die Option Find My Mobile ein bisschen erklären, wozu die dient und was ihr damit machen könnt. Das heißt also, wenn ihr das Telefon eingerichtet habt komplett und die Daten von dem alten auf das neue übertragen habt, das Telefon gestartet habt das erste mal, geht ihr dann bitte in die Einstellungen, dazu einfach die Benachrichtigungszeile runterziehen, dann auf das Zahnrad gehen, dann geht ihr ein bisschen nach unten, da habt ihr die Option Sicherheit und Datenschutz, dann geht ihr auf Find My Mobile und Suchendes Telefons zulassen, hier aktiviert ihr jetzt Suchendes Telefons zulassen, letzten Standort senden und Offlinesuche. Also hier könnt ihr den Haken noch mit ran machen. So, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn das Telefon quasi euch verloren gegangen ist, geklaut wurde oder sonstiges zu orten. Dazu zeige ich euch das jetzt am besten auf dem Computer. So, da sind wir auch schon am Computer, hier gehen wir jetzt einfach ganz normal auf Google, dann geben wir hier ein Find My, da zeigt es mir schon hier oben an, oder ich wähle gleich hier aus Find My Mobile Samsung, dann haben wir gleich ganz oben Find My Mobile App Service Samsung.de, da gehen wir dann drauf. Dann gehen wir hier auf diesen Option, Find My Mobile aufrufen. So, dann zeigt uns hier die Seite an, hier geben wir dann das Passwort ein oder unser Samsung-Konto-Zugangsdaten. So, und schon sind wir auch in dem Find My Mobile in der Menü. Hier an der Seite sehen wir jetzt die Geräte, die ich hier quasi mit registriert habe. Das ist einmal meine Watch und einmal mein S22 Ultra. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Jetzt habe ich hier die Option, dass ich das Telefon einmal klingen lassen könnte. Ich kann das Telefon hier sperren, drüber. Hier nochmal den Standort aktualisieren, also zeige es mir dann nochmal an. Ich habe ja jetzt hier aktuell den Standort, wird mir ja gerade angezeigt. Ich kann alle Daten löschen auf dem Gerät. Ich kann mir die Daten hier auch gleich sichern, also lade ich die mir quasi meine Cloud hoch, die ganze Datensicherung. Anrufe und Nachrichten abrufen. Da sehe ich eben quasi, ob ich jetzt Anrufe oder Daten bekommen habe. Die kann ich mir hierüber auch abrufen. Dann habe ich hier nochmal die weitere Option, das Telefon entsperren. Das heißt, wenn ich zufällig mir ein Muster eingerichtet habe oder ein Passwort eingeben und ich weiß das nicht mehr, ich weiß aber mein Samsung Passwort zum Glück noch, dann kann ich über Find My Mobile mich anmelden und kann da einfach die Handysperre rausnehmen. Und somit ist das Telefon dann auch entsperrt und ich kann dann quasi wieder eine neue Sperre ausdenken. Akkulaufzeit verlängern? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird dann das Telefon eher auf der Energiesparmodus quasi der hohe dort rein eingestellt beim Handy, dass das Telefon länger aussieht und ich es länger halt ordnen kann. So, hier über die Karte sehe ich dann eben, wie gesagt, wo ist mein Handy. Ich kann das auch hier hin und her ziehen, wenn ich jetzt schauen will, wo ist was. Genau. Also kann ich dann überall suchen. Wenn ich hier wieder auf Standort starten, wird wieder aktualisiert und zack, schnippst es rüber zu meinem Telefon, wo es jetzt echt aktuell befindet. So, eines hätte ich noch fast vergessen euch zu zeigen und zwar, wenn ich hier mein Uhr irgendwo verlegt habe, habe ich hier die Möglichkeit natürlich auch die Uhr auszuwählen und dann kann ich hier einmal die Uhr sperren, wenn ich sie irgendwo verloren habe oder sie mal geklaut wurde oder sonst was, dann kann ich sie natürlich auch sperren lassen. Aber wenn ich sie jetzt nur irgendwo verlegt habe und ich weiß ungefähr, dass es da in dem Raum oder da, ähm, was weiß ich, wo man spazieren war, dass ich sie eventuell dann anklingeln kann. Wenn ich ungefähr weiß, wo habe ich sie verloren, wo bin ich vielleicht mal durchgekrochen oder so, dann kann ich die nämlich auch klingeln lassen. Wenn ich jetzt hier oben auf das Menü gehe, klingeln, dann kommt nochmal so ein kleines Fenster und hier sage ich jetzt starten. Und schon bümmelt meine Uhr. Und da habe ich vielleicht eher die Chance, die Uhr wieder zu finden. So, das mal dazu. Wenn ihr das unterwegs, jetzt geht die schon wieder los. Wenn ihr das mal unterwegs machen wollt und ihr gerade kein Laptop zur Hand habt, dann könnt ihr das natürlich auch über ein anderes Smartphone. Bei dem Smartphone, wenn ihr da über den Browser reingeht, nimmt nicht die mobile Ansicht, sondern immer dann auf die Desktop-Ansicht wechseln, weil sonst habt ihr diese Option nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal kommentieren, was ich eventuell besser machen kann, was ihr gut findet und ob ihr eventuell zu irgendwas noch eine Frage habt, dann beantworte ich die natürlich gerne. In dem Sinne, viel Spaß noch. Ciao. 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 Ciao.